Jo, herzlich willkommen zu einer ersten Runde von Team Fortress 2, den ich hier mit mir, mit dem Josh und mit dem Jan. So, ähm... Ich habe so einen leeren Server auf der Lakeside ausgesucht und, äh, ja, ich bin hier so der klasse Strefferschlipper, wie immer. Ja, und der Josh, äh, den vermute ich dann mal als 2, ja, das passt nicht. Ja, ich steche dich ab beim Nacht. One-we-one-we, faggot? Ja, mach mal one-we-one-we. Und auf wie geht's? Jo, ähm, wenn du mir sagst, wo du bist, kann ich dich auch viel einfacher abstechen. Achso, ja, ich bin da, wo ich immer ach, ich hab dich schon gesehen. Hä, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal. Hä? Warte, hör auf dich selbst zu schlagen! Schlag dich nicht! Du willst dir nicht wehtun! Suizid ist keine... Oh, komm schon. Ach, komm, du hast ja eine Uhr an. Ich nimm's doch. Ich hab keine Uhr an. Doch, ich hab keinen Kill bekommen. Ich hab doch keine Uhr an. Du Dreckshund. Du Mistiker. Schieß dich ab. Aha. Ah! Oh, du, ey. Oh, du, ey. Aha. In den Kopf. Ja, du, ich bin 20. Ahaha. Alles sch***. Alles klar. Alles klar. Ich hab jetzt nie mehr. Ich hab jetzt nie mehr. Ja, der Wurst, die jetzt weg. Oh, scheiße gelaufen für mich. Ja, da bin ich ja. Oh. Ja, wie kommt denn das? Jo. Warum bin ich denn da nochmal? Oh, das weiß ich ja. Ah, ich stehe ich dir auf. Jo, wie man hier sehen kann, ist der ja ein Drecksnoop. Ich bin die auch mal schweinig. Hallo. Ich bin die ganze Zeit vom Spawnhaus hinter dir hergelaufen. Oh. Mathematik und so. Also, ich hab gehört, Scout und Sniper gegen den Spion ist schon fair. Also, äh, richtig faires Battle. Ja. Also, ähm. Ah, da unten ist er. Bin ich gar nicht. Also, für die Leute, die TF2 nicht kennen. Pisser. Egal, ich hab immer noch meinen Ambassador. Damit ich euch embarrassen kann. Ja, ich hab natürlich, äh, irgendwie Content. Ja, ist halt jetzt Quality Content. Ha. Oh. Oh. Ja, ich kann nicht mehr aufhören. Also. Wir brauchen eine andere Klasse. Ne, viel besser. Ach Gott. Hallolé. Ah, ich kann nicht zielen. Ich kann nicht zielen. Nice. Das gibt's Slowmotion. Aha, 360, no scope. Eigentlich nur 180, aber das muss reichen. Knapp, aber es reicht. OOOH! 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 So, ich habe hier den Sticky Launcher und den normalen Granot-Ferfer und damit muss man jetzt ein bisschen actionen. Ui! Wow! Höh! Haha! So, verpiss dich, du scheiß Gott! Niemand mag dich. Was für ein majestätischer Flug? Das geht gar nicht klar. Ich sterbe einfach hier zu oft schon wieder. Ja, warum, Wur? Ja, meinst du, er denkt sich immer wieder so. Weil du voller Farbe bist. Oh, ich habe vergessen, wie man Rocketjumps macht. Ja. Haha, das hast du davon. Ah, schade, jetzt wollte ich nicht mehr. Ja. Okay,인� interpretations so gut! Der ist so ein Millimeter Limiting. Hä, wo bist du denn? Oh, ich sehe... Oh! Ah, ja, wo bin ich wohl? Fragst du das genau auch nicht? Müsste ich mir kurz nachgucken. Ach, guck mal, ich bin da oben. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Erstmal Wut aktivieren. So. Da ist die Tür. Oh. Ja. Für mich halt auch. Genau. Hm, 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 hm. Du wie du. Hm, machen wir mal ein Sniper-Duell mit dem Jan. Immer doch. Aber nicht mit diesem Ausrüstung, sondern mit diesem Ausrüstung. 4, 3, 2, 1. Ein Punkt ist jetzt für die Capture. Haha. Der Pfeil im Anus und redet noch immer. Ist halt kein echter Abenteurer mehr. Haha. So, ist es Zeit für was Festliches. So, es ist Zeit für was Festliches. Let's go! Glaub ich nicht! Haha! Get rekt, faggot! Du weißt schon sehen, dass du aufmerkst, ne? Ach Gott, du warst in den Shootings! Ach komm, hier mal wieder! Erstmal Punkt, teabaggen? Oh, yes! Oh, wie knapp! Ha, scheiß Goat! Get quick scoped! Oh, das kriegt ein Insta-Replay! Ich seh dich an! Oh! Oh, da hinten ist ein Sniper! Ich hab'n festliches MG, ich bin dir überlegen! Aber nicht, wenn ich mal den Zippen clever auspacke und dich einfach mal noscope! Echt jetzt? Ja! Kannst du nachher auf Video sehen! Nein, er hat das Medi-Capt bekommen! Wo bist du denn? Hey, Jan! Willst du mal meine Zuckerstange schmecken? Hey, Jan! Nicht, nicht! Nicht so! Nicht so! Nicht so! Nicht so! Nicht so! Nicht so! Ja, das war's bis kurz davor! Ja, ich würd' sagen, machen wir mal Scout-Battle! Ja, klar! Ich mein, es wären nicht schon genügend Scouts auf dieser Map! Ja, aber ich mein, ich hab' halt den nicesten Kopf, also er kann selbst dein Buch nicht mithalten! Ist halt ein Gippo-Scout! Aaaaaaah! Da komm' ich um die Ecke geflogen! Oh, guck mal! Hallo! Mach' mal Bonk-Party! Willst du keine Bonk-Party? Nee! Ich hab' immer noch Bonk-Party! Das doch! Ha! Get shot, faggot! Aaaaaaah! Bleib mal stehen! Dummest, Kerl! Tja! Du, du scheiß... Trink! 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 Du dreckter Trinker, du! Du dreckter Trinker, du! So, Jan, ich bring dir mal kurz meine Zuckerstange vorbei! Nein, du's nicht! Du's nicht! Ich hab' Familie! Nein! Nein! Ja, jetzt geht's andersrum nicht mehr! Ja, jetzt geht's andersrum nicht mehr! Ja, nein, 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 nein! Oh, ich mach' das nicht mehr! Okay, mach' mal! Ja, mach' mal! Jo, mach' mal! Ja, mach' mal! Ja, ich hab' mal! Ja, ich hab' den ganzen Tag rum und ich blende und dann schlöten wir uns am Treffen! Wir brauchen eine neue Map... Oh Gott, Alter! Alter, was ist jetzt los? Okay, lass' mal, lass' mal den anderen Map... Ja, ich mach' mal. So, jetzt komm' auf Switchin nicht! Ja! Rubel erst mal in deiner Lampe, dann kommt dein Switchin raus! Und da füllt die Wünsche! Da! der ist auch so ein Typ wie denkt sich so ich bin alleine auf der Map wenn ich mein Ziel wurde die Formsform des Entschließt ja gut und mann der hat auch nichts Besseres zu tun Alter, warum bin ich ein alter Blin, das ist schon so ein Minister. Na gut, das wird witzig das ist ein Friendly Engineer ja, Save-Digger ja, Save-Digger oh, guck mal, mitten in die Böse ähm, könnt ihr denn jetzt bitte mal jetzt mal ohne Scheiß hat ein bisschen gedauert, aber nachdem du's gesappt hast, ist er mal drauf gekommen ich treff halt gerade keinen einzigen Schuss oh, guck mal du kriegst jetzt aber auch nicht so gut der eine sitzt dann oder wie ja so oh, hallo Teleporter ich hab ne gute Idee für den ich könnte auch seine Sentry einfach mal ich hab ja nicht 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 okay oh ho ja jetzt aber warum schwer ist er Das reicht nicht schon. Ah, so leere Surfer sind angenehm. Sind sehr angenehm. Ja, klar. Indivius steht schon da in der Ecke. Ich liebe es, dass seine eigenen Teammates so am Anfang angezeigt werden. Du Hure, du Hässliche. Los, Knife-Duell. Los. Oh. Das war witzig. Ich glaube, Gott, aus dem Spawn ist so rot, umrandet der Indivius um der Ecke. Alles klar. Sicher kein Spion. Nee, nee. Nee, nee. Ist kein Spion. Ist so eine Vater-Morgana. Ist eine Mutter-Morgana. Alter, scheiß mich immer dran. Krasse sind los. Haha. Aua. Ich kann es nicht. Ich bin nicht gut mit zwei. Haha. Oh, ich hatte noch drei Leben. Ich hatte noch drei Leben. Alter, komm. Aber keine Kinder. Ich glaube, ich habe eine lustige Überraschung für den Angie. Ich habe eine lustige Idee. Die wird dir gefallen, ja. Alles klar. Es muss weichten. Nein. Nein. Du Mörder. Vielleicht komme ich mit meinem Schraubenschlüssel bei dir vorbei. Hier. Bleib doch stehen. Bleib doch stehen. Okay, kein Schraubschlüssel für dich, aber für dich schon. Komm schon, von NG zu NG. Ja. Oh, herrlich. Okay, um auch hier keinem irgendwie was vorwerfen zu können, zum Beispiel Rassismus, nehmen wir erstmal den Demoman. Den Demoman. Der natürlich erstmal betrunken ist. Aber keine Vorurteile. Nee, überhaupt nicht. Ich meine, er schotte, also. Wenn, dann gegen schotten. Ja! Über diesen Erschrecken, denn... Alter, ich hasse... Alter, ich bleib hier an, ich hasse das. Ja, so hast du dir das nicht vorgestellt. Ich biete ihm eine Flasche Whisky an, weil ich nett bin. Hör auf, mit dem Fleisch anzuheizen. Ja, mit dem Fleischheizner. Ja, wenn wir schon den Demo hergezeigt haben, dann zeigen wir ihn aber auch richtig her. Also, so richtig, richtig. So, mit... Mit allem, was er hat. Nicht so halb richtig? Nee. Auch damit. Alter, geh doch weg. Hast du nicht. Geh weg. Hast du was gegen mich? Ja. Hey, nein, nicht brennen. Danke. Haha. Naja, aber... Hat schon ordentlich rein geholt. In der Tat. Hallo. Oh, ich hier. Oh, ich hab mal eine Errungenschaft bekommen für irgendwas. Geh nicht ins Wasser gehen. Im Wasser abzubrennen ist so demütigend. Ja. Nein, nicht heavy. Oh, ich hab mal eine Errungenschaft bekommen. Ja. Time for Sandwich. Richtig, schon agibus, heavy. Moist and delicious, just like your mama. Mal. Der Sandwich! Danke. Mhh, das dreht sich. Dein Sandwich... Was ist denn so? Ist verdreht! Der Medic denkt sich auch seinen Teil. Rate mal warum! Los, komm her! Haha! Ja! Mein Mädchen kann mir aber auch nicht mal helfen, oder? Oh! Oh, wie viel Leben hattest du noch? 20! Du Dreck! Ja, ich hab' einen guten Freund von ihm mitgenommen, die nach Taschen. Oh! Das geht noch gar nicht klar. Das geht noch gar nicht klar. Oh! Okay, nehm' ich muss mal dringen, muss man dringen? Ja! Trink, trink, trink! Gut! Oh! 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 Ich mag diese Folge nicht! Ach, sehr... Schlechte Folge, trink! Oh! Oh, jetzt hab' den Pyro, immer halb dem Medic noch angezuckt! Ich find' sie wunderschön! Naja, ist keine gute Folge! Doch, sie ist wunderbar. auch entstehen auch extra schon nach links gezielt das nach links vorgehalten ich hätte meine urgenüssen sollten jetzt bitte mal mein mate kommen und mir helfen weil das halte ich sonst nicht aus da er kommt bei dir schon ja gut ist es nicht mehr ich möchte es nicht mehr das ist doch so wir haben den Menschen hier ja auch nicht auch noch nicht mehr da hat mich sie weglaufen ich habe ein kritisches verkleidung set und lex ich scheiße das bin ich warte das bin ich um im brennenden pfeil